moin freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge csg aka counter strike bitte schaut auch die letzte folge vorbei wie wir da spaß hatten also ich glaube nicht dass wir da spaß haben werden wir haben keine bots aber die in die gelben team sind haben bots das ist schon mal was gutes ich werde gleich verrecken das weiß ich jetzt schon klappt da war auch kommt schon muss ich das wohl jetzt machen okay michael ist auch dabei mit discord besser ich habe so einen schönen bauch du ja von wo von da oben der kleine 31 na warte ab bis morgen er kriegt drache junge mich hat eine mücke gerade gestochen am bauch rein zerstörungspart leute freut euch drauf auf diese geile krankes video am ende wird ihr sehen was ich höchst verlosen werde ein steam account vielleicht wo es sattes factory drauf ist wer weiß alles kann möglich sein stimmt michael junge ich habe ihn doch oft genommen freunde versteht ihr das ich habe ihn getroffen aber meine zielscheibe zeigten nicht mehr an weil ich glaube ich das auch oft ausgestellt durch mein cheat ja wo steht das dann bei settings weiß ich man wenn ich das ausgestellt habe ich fresse ein bisschen ja 80 stück vielleicht maximal das war knapp dann am verrecken der kleine 31 speck du bist aber witzig mit speck naja ich erst nur tschicks denkst du ja leider wo ist das wort meine ohren tun weh also da ja und knall mich doch nicht ab bruder leute freunde lasst gerne einen super daumen nach unten ja und er hat mich beim nächsten mal schreie ich richtig rum oder ich weiß mein pc raus wenn ich noch mal verlieren sollte was ist wird sie lieber sehen wie ich mein pc ausschmeißen besser oder ja oder wie ich auf kris kloppe ich habe irgendwo hin geschaffen freunde ich wollte zwar umführer jetzt durch hingehen aber scheiß drauf weil mich hat michael da ist muss ich hier bleiben ich mag ihn er mag mich auch geht du magst du nicht wenn du nein sagst sagt bloß nichts falsches junge ich wollte von hinten von vorne leute pro abo ein tnt auf meinem einkloss server hoffentlich wird das michael dieses video sehen ich wünsche ihnen auch dass er sehen würde da kann ich sie mal zeigen dass keine glücksrad gibt aber ich weiß ja nicht ob es gibt ich glaube ja aber aber freunde wir können ja mal zusammen nachgucken ob wir was ändern können ich meine warte michael warte mein engel junge ich kann nicht rennen der kleine kleine einreißiger wenn ich dich morgen sehe das getrache mein team verliert auch und ich habe gesagt hoffentlich siehst du dieses video habe ich sage ich will mir kurz was zu essen kex kex und ob mich nicht ich darf doch so viel essen wie ich will ich darf doch so viel essen wie ich will ich würde sie vorschlagen kick ich würde sie vorschlagen kick da steht schon wieder auf katerik ich kann ihn gleich ab auch schade er brennt nicht rat mal was ich von ihnen gehofft habe ja 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 da hat mich nenn jetzt schon ab geknallt ja 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 schwappelig im bauch achtung allein einmeldung nennt sniper typ ist da ja ich krieg keine geschenke von steam bei counter 2 leibniz er hat beweise ich frage ein lenkrad leute rum leute wir brauchen eine mini kann wer hat den kennen in youtube touren also da ist mein kopf statt das biel auch da und wer den kennt der ist echt cool der macht mit mini kamba hier soll da ist jemand gestorben auch in meiner falle mein pc hat auch aufgenommen wie ich gestorben bin auch unfair pc weißt du was ich liebe dich zwar auch aber da endet die freundschaft kopf 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 Ach komm, lad doch mal nach, du blöde Waffe. Ein Spieler ist jetzt raus, der war ja auf Karte, den muss man dann auch kicken. Ja, ich habe eine und ich wurde verreckt. Ah ha ha! Was ist wichtig hier für uns als Menschen? Michael, was ist die wichtige Grundlage für Menschen? Ah, erster Tipp habe ich dir schon gegeben. Oh manchen. Was? Na, was macht man hier, wenn man durstig ist? Ja, Röpel. Nicht mit vornen Mund reden. Was? Ich möchte was mit dir machen. Ach, ihr kleinen Hunde. Ja. Ja. Auf K, auf K, ähm, nicht auf K, also nicht auf K, nicht auf K, auf K, auf K, ja. Und doch nicht mehr auf K, da ist er doch wieder da. Kekse. Ja, also, die habe ich dann auch hier rausgebotet und die wurden dann ausgeschmissen. Ah, es brennt! Oh, ich bin nur ein Knochen. Junge Junge Hahaha 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 Ja, einfach nur noch fein. Hallo, hallo, Michael, wie geht's dir? Okay. Hey. Ahem. Hallo? Hab man da manieren? Ich bin live. Äh, 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 äh. Ich nehm YouTube-Video auf. Michael, bitte. Sei lieb. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Kuckuck. Ja, wahrscheinlich. Hallo, bei mir war es ein Jahr. Wer schreibt mir? Ach so, TikTok. Ich tue die nicht, oder? Was hat er sagt? Warte, ich bin jetzt mal spannend. Was soll ich sagen? Ja, ich tue die nicht, oder? Okay. Nee, brauche ich nicht mehr warten. Ähm, tic-tac. Wir wollen doch tic-tac, gell? Leute, wer kennt tic-tac, schreibt alle tic-tac, Team Burgerpommes. Ich hab Störung. Störung. Was hat der eine geschickt, hä? Der hat mir an was Russes geschickt, hä? Bitte nicht in Spanisch. Jemand hat mir an was geschickt, hier mit einem Koordinaten mit Gesetz, irgendwas. Was ich nicht verstehe. Was ist denn? So, so. Höh! Ah! Hä? Der schmeißt ne Krannate. Hey, ich hab doch geschossen. Seid ihr alle? Naja. Okay, Michael. Nächste Frage. Was macht man, wenn man Hunger hat? Und soll ich noch schwieriger machen? Okay, was macht man, wenn man keine Lust hat, mehr zu spielen? Na, sag mal. Na, sag mal. An was denkst du jetzt? Ich bin in der mitten in der Aufnahme, weißt du doch. Ein Porno. Also eh, ich fange ja auch noch an. Wird jetzt noch lustiger. Ach. Erst fängst du an und ich mache auch gleich noch nach. Ach nein, übertreib jetzt mal nicht. So eklig bin ich auch wieder nicht. Ach. Ah! Junge. Ich stelle mal ein Settings ein. Spiel. Äh, wie kann ich das einstellen? Na, dass ich mit so ein Zielscheibe habe, dass ich sehe, wo ich hinschieße. Oh Gott. Na, ich dachte, du spielst da. Oh Mann. Bin ich blöd? Halt. Bist du? Hahaha. Soll ich dir die Lösung sagen? Was man macht, wenn man nicht mehr spielen möchte? Ins Bett gehen. Ja, aber ich habe ja Lust zu spielen. Halt. 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 Au. Ich habe gerade auf meinen Tisch gekloppt. es ist rot meiner arm wenn ich drauf gebocht habe ja auch jetzt fang ich wieder an ach kommt schon jetzt fang ich auch noch an wie du was nein aber du wolltest ja ja hallo du hast doch damit angefangen mit porn habe hörst du meine flasche wo ich drehe es auf mit decken michael ja bitte nicht übertreiben das wäre nett sonst gebe ich da eine auf die schnude danke ich bin nur ganzen tag am essen mein kleiner habe angeguckt wenn du 24 7 am essen diesmal sind es keine kekse weiß ich dir schon geschickt habe aus frankreich mehr muss ich nach frankreich fahren oder was das ist ich muss nachladen deine hat sich runter springen gelassen man ist das lustig wie es sich alle verrecken lassen und sie nur aufpassen dass mir nicht passiert ein bisschen ja 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 sehr witzig das war der kleine alex doch kann ich auch stamm schalten da habe ich ruhe vor dir ich darf das doch außer den ordner mach es nicht hamburg stumm geschaltet bei alex der kleine süße wieso ich war ja immer lieb ja und da war wahrscheinlich bis fünf uhr wach haha ich lach mich aber tot meinte das macht das alles in eine folge ein bahn 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 ja 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 da da alex dann nur fast sieben stunden schlaf viel für den ist es auch zu wenig wahrscheinlich hatte mal wann ich aufgestanden bin nein soll ich das sagen alex um neuner sogar perfekt sogar den einschließlich ja das brauche ich auch als clip cs go halt so auch geht ja noch störung Störung, Störung. Störung, 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 Störung. Störung, 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 Störung. Störung, Störung. wer zockt fortnite speedrunner boi teile ist die hässlich die hast du doch nein doch nein herr von hinten packt ihr ein eis m alex das heißt ja wie bitte nicht doch wenn ein großer meinst du ja wie du den habe ich jetzt getroffen eigentlich gott nur geldverschwendung also dann hört doch richtig zu was ich sage ich mach nie den pfiff ich wollte von hinten gestochen störung das hat alex nein doch junge schon 40 minuten aufnahme ja kein problem ja bin bin ich bin immer versauber ja nein doch michael weiß ich schon was aber davon hat ja 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 ich habe war der erste ist tot jetzt das wort ja auch schwerste wer du nenne ich doch nicht jetzt aber nicht noch nicht mach ich aber nach dem duschen wieder ja nö ja Oh, me, 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 me. Ja, ja, gleich, wenn ich die Runde fertig habe. Das war... What the fuck? Ich hebe ab, wie ein Komet. Ja, ist doch egal. Dann machst du es besser, Michael. Also. Was? Ja, aber nach der Runde bist du... Ja, aber nach der Runde bist du... Michael, weißt du, was ich machen werde nach der Runde? Was noch? Ja. Nein, doch. Ah. Ich habe ja Alex, bin leiser gestellt, dass er nicht so laut ist in meiner Aufnahme. Hey, ich komme nicht mehr hier rein. Da machst du keinen Clip-PC. Ich bin sehr cool. Wie nett von dir. Lust. 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 Ich höre nur Bahnhof. Ich steige sie, ich habe das Luft nach. Ich geh dir in der Runde. Entsteiger. Wie eine Runde Ltd. Ich kann sie selbst tun. Ich kann sie Westernen essen. Wie der eine von hinten kam. Oh, das Kabel ist eingequetscht. Ups. Meine Aufnahme geht schon 50 Minuten lang. Wenn das so weitergeht, kann ich bald ein Besen essen. Soll ich das dann On-Camp machen, Michael? Oder soll ich dir ein Video schicken? Musst du jetzt entscheiden? Ah. Oh, die letzte Runde. Bitte nicht. Es sind gleich wirklich 50 Minuten. Meinst du bei mir? Hör! Nö, aber die Daino rum. Das weiß ich selber ja nicht. Naja. Aber wir haben hier 7 und die gelben Teams haben. So 10, 20 Minuten, 30. Ach komm, hab ich den nicht erwischt. Ach, schade. 7 zu 5. Nee, noch nicht. Wir haben 7 und die haben 5. Und das ist die entscheidende Runde. Wenn wir 8er, haben wir gewonnen. Und wenn die gelben Teams 6er haben, geht es immer noch weiter. Ach, ey, leise, mach doch mal die blöde Tricks. Was ist das? Ach, ey, ich bin direkt wegen den Einen, wegen den Einen, bin ich gestorben. Das stimmt, Michael. Oh, mein Kleiner. Oh, oh, ist gleich die entscheidende Runde bei uns. Blau gegen Gelb. Wer wird heute gewinnen? Schreibt es noch in die Kommentare, Leute. Wie wurde ich jetzt abgeknallt? Junge. Ja, alter Junge. Oh, nein, 7 zu 7. Wir müssen gewinnen, Leute. Wir müssen gewinnen, please. Doch. Soll ich dir beitreten? Ich muss ja eh gleich Dusche. Leider. Auch ne Dusche. Ach, Junge, leck mich doch. Oh, nein, wir haben verloren. Ach, kommt schon. Maaann. Na, warte, nächstes Mal gebe ich es euch von hinten. Also, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Last like ein Abo da. Und wir sehen uns nachher wieder. Euer Spielegamer und tschüss. Jetzt auch noch was sagen, Michael. Okay, gut. Äh, bei Alex brauche ich ja nichts Fragen. Da müssen wir es schon erklären. So, tschüss. Und da geht es euch. Vielen Dank.